Auf ein Wort, Bürger reden, Klartext. Unsere nächste Sendung kommt aus dem Bürgerhaus in Weißenborn im Seiler-Holzland-Kreis. Und Sie können vor Ort dabei sein am 28.11. ab 19 Uhr oder uns bei Facebook live zuschauen und spannende Gäste erleben. Dabei sein wird unser Wahlkreisabgeordneter Dr. Mario Vogt, der Landrat des Kreises Seiler-Holzland. Andreas Heller wird dabei sein, ebenso wie Dr. Eckhard Kilian, der Vorstandssprecher der Bürgerinitiative Energiewende mit Vernunft e.V. Ihre Fragen bestimmen die Themen unserer Sendung. Seien Sie dabei auf ein Wort, Bürger reden, Klartext.